Die Romantik der Wüste hat die Macht zu verführen. Ich frage Sie, haben Sie jemals so sehr geliebt? Sie waren so besessen von Eiferausucht, dass Sie hätten töten können. Das Verbrechen ist Mord. Der Mörder ist einer von Ihnen. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich fühle mich bei keinem von Ihnen sicher. Ich habe viele Verbrecher untersucht. Doch dieses veränderte die Gestalt meiner Seele. Ich bin Detective Hercule Poirot und ich liefere Ihnen den Mörder. Wie viele große Geschichten sind Tragöthien? Beide auf Dampf Overdurch Ds